Hallo, auf unserer Reise im Sommer 2022 haben wir im Schatten gestanden, eine Glocke gehört, wurde etwas abgefüllt, ist etwas abgefüllt, sind wir durchs Rheintal gefahren, erinnert etwas an Weihnachten und stehen wir auf einer Mauer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, wir sind angekommen auf dem Weingut Kapellenhof in Selzen, das liegt in der Nähe von Mainz, ist hier das Miersteiner Weinanbaugebiet. So viele Weinreben habe ich hier noch nicht gesehen, aber ich werde gleich mal so ein bisschen durch die Gegend laufen und uns mal ein bisschen was umgucken. Ich kriege die Fahrräder nicht raus. Ich habe so doll geparkt, ich kriege die eine Heckklappe nicht auf, sind Äste davor. Ja, als wir hingefahren sind, hätten wir fast die Einfahrt verpasst. Man sollte nicht die Adresse vom Kapellenhof eingeben. Dann kommt man vorne durch sehr, sehr enge Straßen. Die waren schon knapp. Drehen war dann nicht. Man hat uns dann etwas weiter geschickt, hat gesagt, ja, dann fährst du da hinten einmal links, dann viermal rechts. Alles Einbahnstraße und dann hier hinten Kirschgrabenweg 13, habe ich aber fast verpasst, stand eine Mülltonne vorm Schild. Naja, wir stehen hier unter Bäumen. Es gibt hier eigentlich vier Stellplätze. Zwei sind mit normalen Autos belegt. Was kostet es hier? Zehn Euro pro Übernachtung. Bezahlt wird, da ist so ein Fach, da sind Umschläge drin. Da packt man dann die zehn Euro rein. Da gibt es dann zwei Adressen, wo man das reinschmeißen kann. Okay. Bis zum nächsten Mal. 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 Wir sind heute bei der Sekt- und Weinkellerei Jakob Gerhard. Ja, da bestellen wir immer unseren Fusel, seit 16 Jahren und wir hatten einfach mal nachgefragt, ob wir da mal so eine Besichtigung machen können. Das hat jetzt mal geklappt und jetzt gucken wir uns einmal an, wo der gute Stoff herkommt. Na dann noch Blit. Die Stoff herkommt. Geld hat, ob die Schrift nicht mehr als Kinski. Waren die Schrift nicht mehr als Kinski. Die Schrift nicht mehr als Kinski. Das war's für heute. Ja, der muss auch... Ich weiß noch, wie ich bin für mich. Guck mal her, zeig mal, wie das geht. Der ist ja vorne. Wie geht das? Einfach mal. Dann haben wir den Knopf-Teil, haben wir den großen Honester gemacht. Ja, ja. Das hat Leute. Das muss ich nicht machen, ne? Einmal das Kartonlader. Nach der Werksbesichtigung ging es dann in den Weinberg. Wir haben alte Reben gesehen, junge Reben gesehen und ganz zum Schluss wird uns auch noch einiges über den Weinanbau erklärt. Warum Jakob Gerhard? Nun, da wir eher Weintrinker sind als Biertrinker, die Geschichte von Jakob Gerhard beginnt im Jahr 1751. Aktuell umfasst das Gelände etwa 70 Hektar Rebfläche. Musik 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 Amen. So, erstmal ein herzliches Dankeschön an Herrn Sonneck von der Firma Jakob Gerhard, dass er uns hier so schön ein bisschen durch die Weinberge geführt hat und uns mal gezeigt hat. Wo die Firma Jakob Gerhard überall ihre eigenen Weinberge hat. In welchen fantastischen Lagen. Aber jetzt fahren wir noch ein bisschen mit dem Fahrrad durch die Gegend. So, dann mal los. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ist das nicht schön hier? Wir sind hier an der Waterkant von Nierstein. Hier direkt am Rhein. Bis jetzt konnten wir die ganze Zeit so richtig schön rollen lassen. Der Nachteil ist, da müssen wir auch gleich alles wieder hoch. Und es ist warm. Ich glaube, ich brauche erstmal ein Eis. Ich kriege da gerade zustimmendes Nicken. Wir haben einen neuen Tag. Gestern war ja sehr erlebnisreich. Jetzt machen wir folgendes, was ich eigentlich nicht so gerne mache. Wir fahren mal wieder auf einem Campingplatz und dann auch noch auf einen, wo wir schon gewesen sind. Warum? Heute wären es 37 Grad. Und dieser Campingplatz hat einen Swimmingpool. Wir fahren mal wieder Richtung Bobbert. Wir haben schon mal schöner gestanden. Aber wir stehen ja schließlich auf dem Mitarbeiterparkplatz. Das ist ein Schafler. Dann sind wir auf den ganzen Tag. Das ist schon mal getrennt! Deine Alte. Mein Liebbar ist auf der ganzen Tag. Alle meine Freunde wissen bereits. Da gibt es keinen Grund. Aber es ist nicht so wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020